das muss mal wieder geflickt werden dann plätze wer weiß wie es weitergeht müssen verdichtet sein was muss verdichtet sein kann plätze jetzt nicht den ronnie so geil ronnie schäfer der baut achterbahnen in ganz europa hat im heidepark auch der software ist gebaut deswegen sind die norweger auch nicht in der eu weil sie am leben vorbeilaufen ich feiere den typen so fack komm jetzt question willst du weizen oder verarbeitetes weizen zu brot macht das mir egal mal ich brot und guck mal was du kriegst er gibt es wünsche an der höhe was gibt es in der höhe wünsche für die höhe der u-bahnstation also nun nicht auf unterster ebene aber auch nicht so mega hoch 43 oder passt runter 35 doppel fack ganz das könnte jetzt mein boom bedeuten ein halbes herzchen alter falter hast du da kenne ich möchte das weggeräumt jetzt haben wir ja nicht da ja was ich machen du stehst da mein bergbau ist eingestürzt welcher vollidiot war das nein 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 ich habe gerade gedacht was du da machen wolltest ich dachte du wolltest ja immer elektrisches baum ich war gerade turbo verwirrt nein ich baue einfach alles ab und was ist denn da erst nur das überhaupt gefunden aber wieso hast du denn nicht gedrückt das wäre bestimmt mega fanny gewesen hallo ja ist ja gut ich mach das ich bin hier bei der u-bahnkelle bei der nächsten bombendrohung stirbst weil du es war nein 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 den schuh ziehe ich mir nicht an das ist das iglo was da steht ich bin drinnen so warte mal keller ich erklär es dir hier ist die tür ja warte mal guck mal her ich wollte da gibt es noch ja okay gehen wir es mal runter hier hinter dir hier soll so ja warte mal keller hier ist denn so ein fahrstuhl ja ich weiß was du meinst war das bei mir das war falsch da wollen wir noch tauschen wegen brot wegen wegen brot wegen wegen ach ja kriege ich dafür was kriege ich für die smarte wie mache ich das denn jetzt am besten weiß ich bote es in meinen kompletten fehler ja ich habe keine kenne nein fail willst du noch was haben oder was die drei ist vor aktuell dann ist wirklich nicht da geht das so ich lassen du noch ein angebot wie viel ist das hat noch 64 samm für dich die woche ne den brauche ich aber nicht kann dir ein paar oh mein gott fuck ey Melonen ja Melonen aber für dreistarakte was kriegt der für die 49 da bis dazu die jetzt gehen wir erst an den markt her einen kriegst du einen zweiten wieso geht das nicht du Eisen wo Eisen ich hab Eisen ja wie viel Eisen willst du oh ficken ey was bittest du eins da krieg ich zwei smarte naja das nur das funktioniert nicht ok was kriegt du die 49 da bis dazu die da kriegst du gar nichts ach scheiße willst du sie gar nicht ne will ich nicht ok ich hole alle wetten jetzt aber auch noch drei was kriege ich dann oh wir lassen auch noch 30 ja also einmal die acht obsidian hallo was willst du hallo gut einfach wieder rennen rum ballern hier oder was es sind nichts gemacht ne kurze frage was für ein holz ist jetzt dunkel für hier was jonas was hat auch gesammelt was hat auch gesammelt mein eisen ach so ja auch nicht gleich ja das ist eine menge das spender ware was soll das hier oder ist es dieses holz im schneebio vorab guck nach was es ist das ist eine sache die wir nicht einsammeln so keller ne ich kann was nicht achso ja jonas ich hab jetzt deals gemacht so ey keller lass ihn doch mal deine sachen einsammeln wenn du ihn immer tut wenn du ihn immer tut das bleibt er da soll es vielleicht nicht heißen warte mal warte mal ja der macht grad was bei er erklärt das muss ich eben kurz verhindern wieso ist denn hier holz wesentlich ey nils erstmal ganz ehrlich ne warte mal eben ok schau mal wo ist kann der denn hin da war doch jemand irgendwo also nicht er ist noch alles gut naja jonas werde ich den turm noch verändern den werde ich noch verändern aber so schlecht sieht es noch gar nicht aus oder so hier so Kirsche äh ja den turm meint noch anders den turm meint noch anders ja das ist bisschen komisch ja ja da überlegt mir nochmal was ja 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 jonas ich warte hier auf dich ja ich will aber nicht und ich will eben kurz gucken was das für eine komische Tür ist die eine ey ich mach nix bei dir brauchst du keine Angst haben Jonas ist der da was willst du hier verpiss dich doch einfach ja schlag mich nicht ja was willst du bei mir oben in meinem Haus warte mal gucken dass nix bei mir kaputt muss naja klar das muss man bei mir oben auf dem Dach ich umin